So, meine lieben Freunde, willkommen zum vorletzten Törchen. Wahrscheinlich das letzte mit der Quälerei. Wie lautet der Name vom Elf? Wann findet Weihnachten bei uns statt? Welche verwahrt die Nase von Rudolf? Wie ist Landori? Die Farbe ist rot. Weil wir alle wie Figgi Pudding, weil wir alle wie Figgi Pudding. So bring it out here, good tidings we bring to you and your kid. Das zum Beispiel finde ich lustig. Och ne, hier sind wieder Leitersprünge. Leute, wenn man solche Rätsel da reinbaut. Ich sag's euch mal so, wie es ist. Ich werde das Rätsel hier komplett überfliegen. Bis hierhin. Obwohl, nein. Wahrscheinlich das Ganze bis dahin. Weil das Leitersprünge sind. Nein, ich kann keine Leitersprünge. Also wer auch immer das nächste Mal macht. Schickt mir gerne mal, wie man Leitersprünge macht. Ich werde es eh nicht lernen. Na gut, da ist der Job. Wenig brauche. So ist zu tief. Okay. 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 Mann. Warte, da cheat ich jetzt auch mal einmal drüber. weil das einfach viel zu lange dauert. Weil ich hier zu langsam bin. Zack. Muss man da rein? Nein, da muss man sicherlich nicht rein. Das ist schaffbar, glaube ich. So. Und so geil, dass jetzt der Schnee einsetzt. Ist so nicht machbar. Wie ich es vorhatte. Wieso funktioniert denn das heute nicht? Wisst ihr aber, selbst wenn man da ist. Eigentlich müsste das schon gehen. Freunde, ich habe keinen Bock auf diesen Schnee-Spiel. Schöne mich einfach mal da hin. Alles klar. Hat schon wieder nicht geklappt, wie ich wollte. Warte mal. Ich stehe da. Ich spring da rüber. Ich habe doch genug Anlauf. Oh, Christmastree. Oh, Christmastree. How richly God has decked thee. Oh, Christmastree. Oh, Christmastree. Seht ihr? How richly God has decked thee. So. Morgen gibt es dann endlich das letzte Törchen. Ich weiß, wie wir werden sagen. Ja, das ist geschummelt, weil ich die Leitersprünge übersprungen habe. Wie gesagt, nächstes Jahr nehme ich auch gerne eine Map von der Community, falls jemand Bock hat. Oder ihr macht zusammen eine Map, das heißt 24 unterschiedliche Maps, die mir eingeschickt werden. Und keine Ahnung, geht es bei einem Törchen? Könnte man auch machen. Wir sehen uns aber dann morgen im 24. Törchen. Morgen ist endlich Heiligabend. Bis dahin, haut da rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.